Ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Böll-Stiftung, zu unserer mittlerweile 18. Außenpolitischen Jahrestagung. Ich musste mir die Zahl ihr selbst vergegenwärtigen und wir sind durchaus auch ein bisschen stolz auf diese Tradition. 18 Jahre sind schon eine kleine Tradition. Die Außenpolitische Jahrestagung der Böll-Stiftung ist doch immer wieder eines der Zentren der außen- und sicherheitspolitischen Debatte in Berlin. Mit einer Besonderheit, über die wir uns dieses Jahr auch wieder freuen, einer sehr internationalen Besetzung des Programms. Und ich möchte ganz besonders herzlich unsere internationalen Gäste heute in der Böll-Stiftung begrüßen. Krise des Westens und die Verantwortung Europas für die liberale Weltordnung, das ist ein ziemlich ambitionierter Titel. Und im Berliner Jean Gorgon könnte man das ein bisschen spöttisch kommentieren, haben Sie es nicht ein bisschen kleiner? Ich würde sagen, nein, kleiner geht es gerade nicht. Oder besser gesagt, kleiner geht immer, aber zurzeit geht es eben wieder um die großen Fragen. Sowohl in der Weltpolitik wie gesellschaftspolitisch. Um die Zukunft der Transatlantischen Allianz, um die internationale Rolle der EU, die europäische Sicherheitsarchitektur und um die Zukunft der liberalen Demokratie. Und all diese Fragen sind miteinander verknüpft. Sie werden im Verlauf der Konferenz zur Sprache kommen. Wie schon in den letzten Jahren beginnen wir heute mit einer öffentlichen Diskussion, die wir morgen im Rahmen einer Fachkonferenz dann vertiefen werden. Wenn wir vom Westen reden, um mit einer terminologischen Klärung zu beginnen, geht es uns nicht um ein geopolitisches Projekt und schon gar nicht um die globale Hegemonie des Westens. Davon konnte man vielleicht 1990 nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems träumen, als Franzis Fukuyama seine These vom Ende der Geschichte verkündete. Das war bei Lichte besehen schon damals eine unhistorische Illusion. Was er damit meinte, war natürlich nicht, dass ab sofort die Geschichte nur noch vor sich hin stagniert, sondern seine These war das Ende der Systemkonkurrenz. Die liberale Demokratie hat sich global durchgesetzt. Die Kombination aus kapitalistischer Marktwirtschaft und einer demokratischen politischen Verfassung ist jetzt weltweit auf dem Siegeszug. Es gibt keine ernsthafte Alternative mehr. Das war so die There is no alternative Zeit. Und das ist aus heutiger Sicht, obwohl es historisch ja noch gar nicht so lange her ist, doch schon lange vorbei. Weil wir eben doch wieder eine globale Systemkonkurrenz sehen, aber nicht mehr zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern zwischen liberalen Demokratien und unterschiedlichen Formen des Autoritarismus. Und dieser Konflikt spiegelt sich auch zunehmend in unseren eigenen Gesellschaften. Es ist eben nicht nur ein außenpolitischer Konflikt. Der Westen ist immer noch die dominante ökonomische und politische Kraft, aber er ist es immer weniger. Wir gehen tatsächlich in Richtung einer pluralistischen Weltordnung mit alten und neuen Mächten. Zu den USA, Europa und Russland kommen China, Indien und die anderen selbstbewussten Schwellenländer. Das ist zunächst einmal die empirische Beschreibung einer wirtschaftlichen und politischen Realität, dass der Westen längst sein Monopol, sein machtpolitisches und auch sein ökonomisches Monopol im Hinblick auf Innovation und Hochtechnologie verloren hat. Aber wenn der russische Außenminister Lavrov auf der Münchner Sicherheitskonferenz triumphal vom Ende der westlichen Welt sprach, dann meinte er viel mehr als diesen neuen Pluralismus der Mächte. Er zielt auf das Ende des liberalen Universalismus, also des weltweiten Geltungsanspruchs von Demokratie und Menschenrechten, die er als westliche Werte relativieren will. Und darin befindet er sich in Gesellschaft etwa der kommunistischen Partei Chinas oder der Mullahs im Iran. Das ist sozusagen ihre gemeinsame Vorstellung einer postwestlichen Weltordnung, dass eben keine universellen Normen mehr gelten, die den Traditionen der liberalen Demokratie folgen. Wenn wir also als Böll-Stiftung nach der Zukunft des Westens fragen, dann geht es uns um ein politisches Projekt, eine Allianz für die liberale Moderne mit universellem Anspruch. Damit ist es heute tatsächlich nicht gut bestellt. Nicht nur wegen der Herausforderungen von außen. Der Westen selbst ist in einer tiefen Krise. Viele von Ihnen werden den berühmten Essay von Anne Appelbaum kennen, entweder weil sie ihn selbst damals gelesen haben oder über ihn gelesen haben. Das war im April 2016, als sie davon sprach, dass der Westen noch drei Wahlen von seiner Selbstzerstörung entfernt ist. Das britische Referendum über den Brexit, die amerikanische Präsidentschaftswahl und die französische Präsidentschaftswahl. Drei Schicksalswahlen für die Zukunft des Westens. Und wir wissen inzwischen, wie sie ausgegangen sind. Zwei gingen schief. Die dritte Gott sei Dank nicht. Sie wäre vermutlich tatsächlich das Ende des Westens gewesen. Eine Präsidentin Marine Le Pen in Paris. Mit ein bisschen Optimismus kann man mit Blick auf die Ereignisse der letzten Monate tatsächlich sagen, dass die Wahl von Donald Trump und die britische Entscheidung über den Austritt aus der EU als Wachmacher gewirkt haben, als eine Art Wiederbelebungselixier für das europäische Projekt. Das ist die positive Nachricht. Europa besinnt sich wieder. Und es gibt eine neue Dynamik in der europäischen Politik, nicht nur auf Regierungsebene, sondern auch in der Zivilgesellschaft. Die Bürgerinnen und Bürger entdecken Europa wieder. Und diese europäische Bürgerbewegung, Parts of Europe, ist nur ein Ausdruck dieser Repolitisierung und Wiederaneignung der europäischen Idee. Es sieht also so aus, als wäre der Höhepunkt der Antiliberalen, der rechtspopulistischen und autoritären Welle schon überschritten. Es wäre aber eine fahrlässige Illusion zu glauben, wir wären schon wieder auf der sicheren Seite. Die USA sind unter Donald Trump ein unberechenbarer Faktor in der internationalen Politik geworden. Wenn nicht schlimmer, eine destruktive Kraft in der internationalen Politik. Ich erinnere nur an die Entscheidung, sich vom Klimaabkommen von Paris zu verabschieden, die ja nicht nur klimapolitisch ein massiver Rückschlag ist, sondern die ein Signal dafür ist, dass die USA sich aus dem multilateralen Weltsystem zurückziehen. America first im Sinne von keine internationalen Verpflichtungen, die nicht dem unmittelbaren Interesse Amerikas entsprechen, wobei dieses unmittelbare Interesse auf eine extrem enge, ich würde sagen engstirnige Weise definiert wird. Und für Großbritannien erweist sich die Entscheidung über den Austritt aus der Europäischen Union doch als eine Tragödie. Ich verwende diesen Begriff ganz bewusst. Mich erinnert das manchmal tatsächlich an den Fatalismus einer griechischen Tragödie. und sagen, eine ganze Nation jetzt in Geißelhaft einer Entscheidung ist, von der inzwischen doch zunehmend, denke ich, die Mehrheit der Briten weiß, dass sie falsch war. Und trotzdem scheint niemand die Kraft zu haben, sie noch einmal in Frage zu stellen. Und in dieser Kombination von Donald Trump als amerikanischer Präsident, der ja durch die internen amerikanischen Checks und Balances am wenigsten in der Außen- und Sicherheitspolitik gehindert wird, da hat er tatsächlich relativ freie Hand. und der britischen Entscheidung über den Brexit entsteht eine völlig neue Gefahr, die jedenfalls ich mir vor ein paar Jahren so nicht vorstellen konnte, nämlich eines Bruchs zwischen Kontinentaleuropa und der angelsächsischen Welt. Ein Albtraum für Transatlantiker, aber ein Wunschtraum für den russischen Präsidenten im Kreml. Es war schon das strategische Ziel der Sowjetunion und es ist auch heute das strategische Ziel der russischen Politik, Europa von den USA zu trennen und damit den Raum zu schaffen für eine russische Dominanz in Europa. Und trotz aller Kritik an Trump sollten wir nicht den Fehler machen, von unserer Seite in diese Richtung zu gehen. Dafür ist diese transatlantische Bindung zu wichtig, auch als Rückversicherung für die freiheitliche und demokratische Tradition des Westens. Es gibt noch einen weiteren politischen Zusammenhang zwischen der Wahl von Donald Trump und der Entscheidung über den Brexit. Beides stehen für den Vormarsch des Souveränismus oder für die Rückkehr des Souveränismus, also für den Rückzug auf den Nationalstaat als dem obersten politischen Prinzip, auf der nationalen politischen Souveränität als dem obersten Prinzip der internationalen Politik. Und damit für eine Absage an die Idee eines multilateralen und normativen internationalen Systems. Und diese Idee hat auch in Europa erhebliche Resonanz. Man findet sie eben nicht nur unter amerikanischen Konservativen oder unter britischen Britain First Anhängern. In Frankreich etwa sind 40 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang zur Präsidentschaftswahl an Kandidaten gegangen, die genau eine solche souveränistische Position vertreten. Von ganz links und von ganz rechts. Und in Polen und Ungarn ist diese Strömung an der Regierung. Wir haben eine Krise der transatlantischen Allianz nicht nur auf Regierungsebene. Man muss nur kurz an das Scheitern des transatlantischen Freihandelsabkommens erinnern oder daran, dass das Vertrauen in die USA in Deutschland geringer ist als das Vertrauen in China nach aktuellen Umfragen. Vertrauen in die USA ist auf einem historischen Tief, noch tiefer als zu Zeiten des Irakkrieges. Ich glaube, es sind noch 23 Prozent oder so was, die sagen, ja, wir haben Vertrauen in die USA. Umso wichtiger die transatlantischen Bindungen auf der Ebene der Zivilgesellschaft, der Bundesstaaten, der Forschung und Innovation zu stärken. Es gibt auch an Amerika die Sides von Trump. Kanzlerin Merkel hat nach dem NATO und G7-Gipfel mit dem Satz Schlagzeilen gemacht, Europa muss sein Schicksal in die eigene Hände nehmen. Das war sozusagen eine kalkulierte Reaktion auf eine Überdosis Trump. noch ist nicht klar, was das heißt. Was es sicherheitspolitisch heißt, im Hinblick auf die Fähigkeit und die Bereitschaft zur gemeinsamen Verteidigung, heißt es möglicherweise auch die Rückkehr einer alten Idee, die ist einmal Europäische Verteidigungsgemeinschaft in den 50er Jahren, nämlich der Aufbau gemeinsamer europäischer Streitkräfte im Rahmen der NATO. Was bedeutet es für die Vertiefung der europäischen Integration auch auf anderen Feldern, Energie, Infrastruktur, vor allem aber der Finanzpolitik und das ist vermutlich das Feld, an dem sich die Bundesrepublik am weitesten auf unsere europäischen Partner zubewegen muss, wenn wir eine neue europäische Integrationsdynamik schaffen wollen. Bedeutet es stärkere Zentralisierung politischer Entscheidungen in Europa, in den europäischen Institutionen oder heißt es mehr Coalitions of the Willing, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten? Lauter offene Fragen. Genug Stoff also für eine hoffentlich interessante und konstruktive Diskussion in den kommenden anderthalb Tagen. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich bedanken beim European Council for Foreign Relations als unserem Kooperationspartner namentlich bei Almut Möller, beim Tagungsbüro der Böll Stiftung, das wie immer in bewährter Weise als Gastgeber dieser Konferenz fungieren wird und vor allem bei unserem Konferenzteam mit Stephanie Mendes Candido, Dorin Bayerlein und Gregor Enste, unserem langjährigen Referenten für Außen und Sicherheitspolitik. Gregor ist der gute Geist hinter dieser Konferenz, ausgestattet mit einem breiten internationalen Wissen und viel diplomatischem Überzeugung und noch etwas gemeinsam. Für uns ist das die letzte außenpolitische Jahrestagung in unserer heutigen Funktion in der Böll Stiftung. Das ist kein Grund für Traurigkeit, sondern für ein großes Dankeschön an Gregor für die beeindruckende Arbeit, die sich nicht zuletzt in dieser Konferenz mit ihrer internationalen Zusammensetzung widerspiegelt. Vielen Dank dafür. Und bevor ich jetzt an die Moderatorin unseres Auftaktpodiums übergebe, würde ich sie noch gerne auf diese Broschüre verweisen. Es lohnt sich mehr als nur ein kurzer Blick, versammelt zahlreiche interessante Beiträge zu den Themen, die wir heute und morgen diskutieren werden, ist auch online auf unserer Website nachlesbar. Und damit übergebe ich an Vesela Cerniva, sie ist Programmdirektorin und Büroleiterin des European Council and Foreign Relations in Sofia und wird uns jetzt in das Auftaktpodium einführen. Vielen Dank. Guten Tag. Im Namen von European Council and Foreign Relations ich will mich wirklich auch ganz herzlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung für diese Gelegenheit bedanken. Beim Herrn Enste vielen Dank für die Zusammenarbeit. Almut Müller hat von unserer Seite auch mitgewirkt und diese Konferenz mitgestaltet. Ich wollte bevor wir zu der Diskussion übergehen nur ein paar Worte sagen darüber sagen, dass wir uns sehr freuen, dass wir seit Jahren mit der Böll-Stiftung so gut kooperieren. Das ist nicht das erste Mal. Ein Kollege hat gesagt, dass seit 2010 wir gemeinsam bei dieser Konferenz arbeiten und das ist nicht nur, weil unser Büro hier auf der anderen Straßenseite ist, sondern weil ich glaube, wir an die Möglichkeit glauben, europäische Außenpolitik zu beeinflussen und wir halten sie für möglich. Das ist heutzutage kein Given und ich bin auch besonders froh, dass wir hier heute zusammen sind, weil eigentlich das Jahr ist, wo wir seit langem auch mit mehr Optimismus über europäische Außenpolitik sprechen können. 2016 war wirklich ein sehr depressierendes Jahr, deprimierendes sagt man auf zum ersten Mal nach den französischen Wahlen fühlen wir uns wieder wohler in dem, dass wir uns mit europäischer Außenpolitik beschäftigen und wir werden im Laufe dieser zwei Tage auch versuchen darzustellen, was wir uns vorstellen für die nächsten paar Jahre und wir werden natürlich auch das Thema diskutieren, was den Westen ausmacht, was vom Westen geblieben ist. Als Bulgarin muss ich sagen, dass für uns Osteuropäer im Jahre 89 der Westen wirklich ein Block war und heutzutage sind wir und das war unser Ziel auch, wir wollten in den Westen ganz klar und die Tatsache, dass diese Scheidung zwischen den USA und EU irgendwie so klar passiert ist, ist für mich persönlich auch irgendwie ein Ende von einer Ära und das war das Ende der liberalen Weltordnung, wie wir sie kannten aus den 90ern und später und es liegt jetzt an uns allen, was wir daraus machen. Ich glaube, das ist auch die Frage, die wir hauptsächlich versuchen werden zu beantworten in den nächsten Tagen. Deswegen ist es mir eine besondere Freude, jemanden hier einzuladen, der wirklich neulich über den Westen schrieb, auch in einer deutschen Zeitung, in der süddeutschen Zeitung. Er hat geschrieben, dass es nicht mehr um eine Welt ohne den Westen geht, sondern um ein Westen ohne die USA. Und wie meint er das, werden wir jetzt erfahren. Das ist Charles Koppchen. Kann ich fragen, zu kommen zum Podium? Und in the meantime, will say who you are. Mr. Koppchen used to be the Senior Director for Europe at the National Security Council in President Obama's White House. He also worked in the White House under Clinton. And he is now teaching at Georgetown University, so we are very happy to have you here. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks Vesela for the warm welcome and thank you Ralph and Gregor and the whole HBS team for your hospitality. It's I think my first visit to this building although I've had the pleasure of cooperating with your foundation for probably a couple of decades now. So I'm very happy to be joining you today and also to ECFR for being a cooperation partner or whatever it is that your role is. I'd like to start with the observation that history appears to be coming full circle in the following sense. During the 20th century the United States and the United Kingdom the two Anglo Saxon powers on two different occasions came across the Atlantic and across the channel to save Europe from itself continental Europe that is and to turn back the forces of fascism Nazism afterward communism to protect the western way of life western institutions western values and arguably this task started well before the 20th century in my own mind I think it goes back to 1815 when Prussia and Russia and Austria and the UK joined forces to defeat Napoleonic France clearing the way for the onset of what was called the concert of Europe which was really Europe's first rules based international system and a stable balance of power on the continent cleared the way for the United Kingdom to spend much less time worrying about who was killing whom in Europe and spend much more time focused on the projection of British power abroad giving birth to what we commonly call Pax Britannica and Pax Britannica lasted roughly until 1914 we then had a interregnum after World War I and then Pax Americana really comes to life the day that Pearl Harbor was bombed because that's because that's when Roosevelt had domestic support for going out into the world in a way that the United States had really never done before and so arguably we've been living in a western world that has been built and defended for the last 200 years by two main countries the United States and the United Kingdom and that puts where we are today in quite sobering historical relief because the United Kingdom has voted to leave the European Union it's conceivable that that decision may be reversed as a consequence of the election I don't think it will but it's conceivable but whatever the outcome the UK is going to be tied up in political knots for the foreseeable future and it will do anything but lead the West and lead Europe in fact I think the United Kingdom is today involved in one of the most striking bouts of national self-isolation that we've ever seen and in the United States the American people have elected a President Donald Trump who seems to be either indifferent to if not hostile to the project that the United States and the United Kingdom together invested in and built and defended over the last 200 years and he is in the way he governs someone who could distance the United States from the Western order and in that respect we face we face a situation today where the responsibility for keeping the West alive and well falls to continental Europe it's a sobering responsibility but it is also an enormous responsibility in part because if Europe doesn't rise to the occasion and fulfill that task it's not clear to me who will and also because we know that around us and Ralph was referring to this China and Russia and Saudi Arabia are not going the way that Frank Fukuyama predicted they are likely going to remain illiberal non-democratic countries for the foreseeable future and in that respect as we embark into the 21st century we have to worry not just about who we are and defending the Western way of life but making sure that we hold our ground and stand firmly our ground as alternative versions of modernity are pushed out by powers that are not at least for now following the Western way I think many of us when Fukuyama published his book were skeptical that he would be right and in my own mind I was skeptical because I see the West as having followed a somewhat unique historical trajectory to make us who we are for example the Reformation was fundamental to the rise of the West it meant that when the modern European and American nation states crystallized they tended to crystallize with the church and the state separate that's very different than what we see happening in the Middle East where there is no separation of church and state and that's one of the reasons that politics and religion in most of the Muslim world are intimately intertwined and likely to remain so for the foreseeable future another key element of the rise of the West was the clash that occurred between the rising working class and rising middle class with monarchy and aristocracy in fact in many respects that was the decline the defining clash as modernity took shape and it led to a lot of bloodshed just about everywhere that it happened but eventually working people who demanded voice grew sufficiently strong that aristocracy and monarchy had to step aside and make clear for representative and republican government make way well in China we see a strategy of modernity that actually is following a different trajectory what is that trajectory it started under Deng Xiaoping when he decided that he would open up the Chinese Communist Party to entrepreneurs to business people and from that point on rather than a fundamental clash between the Chinese state and the rising Chinese middle class the Communist Party vacuumed them in the middle class in China has become stakeholders in the state and it is that symbiotic relationship that has created a situation where China is likely to remain a Communist Party single party state and a middle class state at the same time so this is all to say that the Western world is the Western world it is not going to be universalized at least in the time frame that is geopolitically consequential for us in this room so that's one important piece of the puzzle the other piece of the puzzle that I think many of us did not see coming certainly I did not is the degree to which the challenges that the Western world faces are coming from within not from without and in fact I would go so far as to say that I am much more worried about what is happening to us internally than I am about China and Russia and any other external threat if we get our democratic systems functioning again if we get our house in order if we get our heads screwed back on I have no doubt that we will be able to face down the threats that we face externally as we have done before if Europe fragments the United Kingdom disappears into geopolitical oblivion the United States goes drifting off into who knows where then we can be sure that the Western world will not be able to face down the external threats that we face and so I think in many respects the defining question of our day is no longer how to deal with a rising China how to deal with Putin's Russia what are we going to do with Ukraine how should we manage a Middle East that is coming apart at the seams those are all very very important questions but they have been overtaken by the more pressing question of what about us are we going to double down and defend what we stand for who we are the Western values that we have been attempting to push out and defend for the last several hundred years so that's what I want to focus on for the rest of my time and I'll start with a few comments about Europe come to the United States and then finish by returning to Europe in many respects Europe is in a better political situation than the United States especially after the elections that we have seen take place over the last few months partly because the pendulum has swung back away from the populists toward moderates and centrists but also because in general Europe's political landscape enjoys a strong political center while that in the United States does not to oversimplify during the Cold War Europe's center-left and center-right tended to be ideologically far apart whereas in the United States center-left and center-right were actually quite close there wasn't much difference between Democrats and Republicans for most of the last 70 years starting in the 1990s Democrats and Republicans started to veer away from the center to the left and right and there is I think it's safe to say no stable political center in the United States anymore it's gone a centrist politician used to be able to look over his or her shoulder and find a broad bipartisan sweet spot in American politics those days are over those days are not over here in Europe where center-left and center-right since the Cold War have generally tacked to the center they have remained pro-EU and they have remained in power and especially with the decline of the fortunes of the five-star movement in Italy I don't see any country in which that center is unlikely to hold that is to say in which a populist right-wing or left-wing party is going to be able to get strong enough to take power away from some combination of social democrat and Christian democrat or whatever their counterparts are called and that's one of the reasons that moving forward I am more confident in Europe's ability to stay on a centrist course than I am in that of the United States at least for now the other shift that has taken place in my country that has led to Donald Trump and a movement away from western norms principles and institutions is the revolt of the working class what we see in the United States today could euphemistically or colloquially be called the scream of angry white Christians these are people who for the most part feel that they have been left behind by globalization these are people who feel that when they look down the street and they see someone who is not Christian and not white they say what the hell is going on here what is happening to the America that I know where is my country going and as a consequence of this they have revolted against the establishment they have said that globalization has not worked for us we want out of it and Donald Trump has done an exquisite job of tapping into their anger and their discontent and what we've witnessed is a conflation an intersection between their economic disaffection which is sincere true look at the numbers look at what has happened to less well educated manufacturing sector Americans and you will see a dramatic decline in wages and employment so they're screaming for at least on the economic side a justified reason they are not making ends meet they can't put food on the table their kids are likely to lead a less comfortable life than they are unless they can get out of this cycle that then is intersecting with identity politics immigration discomfort with the fact that the United States is heading toward becoming what one could call a brown nation not a white nation whites are soon to become a minority in the United States the people that Donald Trump represents are on the losing end of this demographic shift they don't like that they don't want the country to become less white and less quick Christian and as a consequence we see a president who is responding to that base by talking about closing the door building a wall putting on protective tariffs reopening coal mines rebuilding air conditioning factories keeping America as a manufacturing country and a white Christian country and that again in an oversimplified way is at the core of what we are seeing in the United States today I don't want to come off as someone who doesn't think that Donald Trump doesn't bring at least some good to the political debate in the United States he does he is forcing us to ask questions that we need to ask and the main question and the question that in some ways we all have to debate is what are working class Americans working class Italians working class Brits working class Germans going to do in 2025 to earn a living wage it is a less acute question here in Germany because you've done a pretty good job of creating an apprentice system and a vocational system that prevents your significant loss of manufacturing jobs your export of manufacturing jobs but that is not a model that can be easily replicated elsewhere and as a consequence we do have to figure out how our working classes the working classes in democratic societies are going to earn a living wage I don't have the answer to that question Ralph does not have the answer to that question unless he's hiding something but Donald Trump is forcing us to have that conversation and we have to have it because otherwise this problem that we face that is to say the stumbling the weakening the dysfunction of our democratic societies is not going to go away secondly I think he is forcing a conversation about American foreign policy that is helpful and useful he is asking tough questions about allies and their contributions he is right that Germany needs to spend more on defense if it were up to me I would encourage you and persuade you not insult you when I was trying to get you to spend more on defense but the general drift of policy is no different than what Obama said when he went to the whale summit and said everybody needs to get up to 2% of GDP furthermore I think it's important for the rest of the world to understand that the United States is going into a phase in its foreign policy that I would call retrenchment and that started under Obama and it's continuing into Trump but in the wake of Afghanistan in the wake of Libya in the wake of Iraq the American public has basically said let's give this a rest let's ease off let's get others to do more that to me is a reasonable and desirable change but it's one that the rest of the world needs to know about again I'm not sure Trump is delivering that message in the most effective way but I do think we are headed into a phase of American foreign policy in which the new sweet spot between Democrats and Republicans if there is one will be strategic retrenchment that's not go home that's not pull out of Europe that's not pivot to Asia and ignore the rest of the world but it is an resources and getting others to do more and I can tell you for example my own experience in the White House was that Obama in many respects was waiting for Europe to step up before he moved in Libya he would not have moved had the Brits and the French not said let's go when it came to deploying new forces what we call enhanced forward presence in NATO's eastern frontier we made the proposal to President Obama and he said yep I'm ready but we're not going alone we're going only if Europe steps up to the plate that I think is going to be the norm and that's one of the reasons that Europe has to be ready to step up to the plate having patted him on the back let me now say what most worries me about Donald Trump three main things one is his dismissive attitude toward the West his dismissive attitude toward multilateralism his dismissive attitude to the habits the values the institutions the practices that undergird Atlantic solidarity I was open minded until a couple of weeks ago because I knew that Trump was listening to different voices at 1030 in the morning he'd listen to Bannon at 11 McMaster at 1130 Tillerson and then Pence would come in and it was it was unclear where he would land but the trip to NATO and to the G7 and then the decision to pull out of Paris as soon as he got back says to me that he has landed and he has landed in a worrying place that doesn't mean that tonight he might not change his mind in fact we saw a few days ago that he finally decided to say that he stands behind article 5 even though he wouldn't say that in Brussels and so who knows what he's going events he had before him different versions of the speech and he went for the one that set him against our allies and that says to me we need to be ready for a Trump that continues along those lines second big worry I have is that his policies aren't going to work if you look at angry white Christians and you ask why are they making $8 an hour rather than $25 an hour why have their manufacturing jobs disappeared economists tell us that immigration and free trade are responsible for about 9% of that change in their economic status that means that 91% of the cause of that change is automation but the policies that Trump is using is what we're going to not let Mexicans in and we're going to put 20% tariffs on imports from Germany and China well what is that going to do it's going to mean that when an angry white Christian goes into Walmart to buy a flat screen TV from China it's going to cost 20% more but his wages aren't going to go up 20% one or two coal mines may reopen one air conditioning plant might reopen a thousand jobs here two thousand jobs there but if the problem is automation the solution is not protectionism or building a wall with Mexico and that's why coming back to what I said a few minutes ago the six million dollar question is well what are they going to do to earn a living wage is it education is it tax policy is it vocational training do we have to develop new jobs in health care because we're not going to build air conditioners anymore I don't know but this is the defining question I believe for our time finally and in some ways what most troubles me is that the president has backed away from the most critical ingredient of democratic politics and that is fact discourse science the ability to have a conversation in which we agree on at least some basic set of facts that constitute a political reality and it seems to me we can't really function in a society in which the president is saying things that are manifestly untrue in which he calls a free media the enemy of the people and in which he seems to have much more affinity for Vladimir Putin type Erdogan and the shakedoms of the gulf than he does for democratic allies so that brings me to the final set of comments I want to make what all of this says to me is that what's happening in the United States in the UK we'll leave that to conversation if you want to dive more deeply into that is that enormous responsibility falls to you in some ways literally to you because Berlin is more important than any other city and capital as Europe tries to step up to the plate but in general to the European Union to the member states to the institutions to Brussels to try to keep the West's momentum its forward momentum its motion its core values and practices at a time when your Anglo-Saxon partners may not be the partners that you wish for I share the perspective of Ralph and others that we are in a nicer place than we were a year ago and that the results of elections in the Netherlands and France and Austria polling data they suggest the pendulum has swung back in a positive direction and that the populace will not continue to gain ground I share that optimism but keep in mind that the underlying sources of the populism have not been tackled they are still there the anti EU narrative is there the question of jobs and income is there the stagnation of our middle classes the banks that's heating up again in Spain in Italy Greece we seem to have a deal in hand but we are not out of the woods the institutions of Europe the refugees the migration crisis and I would add a new challenge the future of the European left it troubles me that I mean I'm glad that Corbyn did well because it is a slap in the face of the Brexiteers but when I see Corbyn calling for the nationalization of major British industries when I see Jean-Luc Melenchon get 19% in the first round of the French election when I see Renzi try to pull the Italian left into the center only to have the Democratic Party then split I worry that Europe's left is going backwards not forwards and given the need for structural reform in France and in Italy it seems to me that that is a move in the wrong direction not a move in the right direction Germany is in much better shape in large part because of the hard work that was done by previous governments and the Social Democratic Party isn't that far apart from the CDU when it comes to core issues of governance domestic and foreign that's no longer the case in other countries where the center right and the center left appear to be moving further apart not closer together so this is my way of saying to you yes the pendulum is swinging yes the winds are blowing in the right direction but don't be complacent and seize this moment seize this moment of greater support for European unity to tackle these problems to deepen the union to make sure that a year from now if these problems aren't tackled or four or five years from now Le Pen doesn't make a comeback and actually win because these core problems were not tackled when you had the political momentum to do so I will end with just a few pieces of advice for tackling this challenge of taking on greater responsibility the first is for EU to massage its informal decision making mechanisms and make sure that there is a greater sense of buy-in across the European Union I left the White House cherishing the relationship that had been built with Germany I had no better partner than the chance three my office was in touch with the chance three I'm guessing on average every day I happened to have been at a meeting at Schloss Almau in December and Christoph Heusgen was there and this topic came up and I just said just as an anecdote Christoph how many emails have you and I sent to each other over the last 24 hours and this was on a Saturday and the answer was at least a dozen and I left the White House saying that's great but that's worrisome because number one it won't be replicated because President Trump isn't going to be as close to the Chancellor as President Obama was but number two it puts too much emphasis on Germany and makes for an EU that is imbalanced so I hope and pray that the Franco-German coalition comes back to life and I think it probably will with Macron but as part of this effort to build new momentum behind Europe we need to democratize if you will decision making within the EU to make sure that all countries feel like stakeholders the second piece of advice would be even as you deal with the internal challenges the populism the jobs the banks you have a new responsibility to look beyond Europe I'm not expecting Germany to send two aircraft carriers to the South China Sea anytime soon but closer to home you have Russia you have Turkey you have challenges for which you need not just political will but new capability and that means taking advantage of this moment to deepen your institutions within the Eurozone and on foreign and defense policy many of you probably aren't aware that in my country our institutions were completely incapable of managing an ambitious foreign policy until well into our life as a federation really until the 1900s we had no single currency in the United States until the Civil War no one ever put a singular verb after the word the United States they never said the United States is they said the United States are because we were not a union of states we were a states union at the end of the 19th century we had a insignificant navy and an insignificant army because our wars were fought by the militias of Virginia and Maryland and the other states because those states would not let the federal government raise a standing army and a standing navy that all began to change in the 1890s power shifted from the states to the federal government and from congress to the executive branch and those changes made possible the projection of American power and purpose beyond our shores that doesn't mean that Europe needs to become a union a federation but it does mean that you need to have the institutions capable of fulfilling the tasks that you want to and I don't think there is a magic bullet a particular destination for the eurozone or foreign and defense policy but you need to tackle this problem while you have this forward momentum finally I do not want to leave you thinking that you should give up on us don't we will still be your partner more often than not if Trump is transactional make good deals and we will come so what I'm saying here is that it's going to be tough we have someone that is not committed to multilateralism and Atlanticism to the same degree as his predecessors and it will therefore require more work and it will require you to hold down the western fort while we work out our politics but I assure you that we will be back and that's because when you look at the United States at the demographics at the innovation at the universities at the fact that even now under Trump our democratic institutions are working the courts are challenging his immigration ban three suits two from states and one from democratic congressmen have emerged in the last few days about his handling of his economic affairs so we will be back just give us a little time and in the meanwhile we're counting on you thank you very much this was a fascinating introduction to not only to our discussion but I think to this conference we have now two discussants Zilke Temple is the editor-in-chief of Internationale Politique the publication of DGP she's also lecturer at Stanford and she's our let's say the European end of our transatlantic discussion on this podium today and we have also Marek Chichocki who is the research director at Natolin European Center in Warsaw who is working not only on international relations but also specializing on Polish German relations so we're going to create a triangle of some kind with your help and we have time until 22 so if the two of you 22 6 22 6 so if the two of you are relatively concise we will have maybe some 15 minutes to open also to the audience Silke you have the floor I'll just talk a bit faster then I can get more stuff in there and the interpreters back there thank you very much for the great job that you're doing will basically become sweaty yours Charles thank you very much for your observations and I only can say concerning the last part I wish you were right concerning Trump I wish it was only about transactionalism and if it's about that let's make I'm afraid that we observe a situation that we've seen in the making when it comes to Europe finally growing up in the security field fulfilling its obligations not because the Americans want it but because we need it that's one point but my feeling is that we have to finally understand that this is a president who is a president so generous in many regards this is not only about transactionalism this is not only about not being good in certain policy fields and I would agree with you we've been overlooking quite a few things and we've been overlooking very legitimate grievances of many people but here's somebody and I think it's worth reading again and rereading the opa that McMaster and Cone had published in the Wall Street Journal because this is the Trump doctrine I mean let's not fool ourselves are kind of nice but we are very non sentimental about it we build them when we need them and we build them with no matter who people who serve our interests but we're not going to build them on the fundaments that we've seen over the last 70 years this doesn't have anything to do anymore with the liberal order that was built after second world war this is a totally new quality that we see coming out of Washington that having said that of course is to also send a second message and that is transatlanticism isn't dead and should never be dead but we have to find ways where we can work together where we have to convince the US government US administration as much as we contribute to and we have to find ways where it can work around him when it comes to security it is quite clear that even if there was total political will and the resources on the European side going into a common European defence and security architecture no matter how it looks like touches upon the deepest sources in core of our national identity this is going to be very difficult and we are not going to master this in the next couple of years so we will not be in a situation even if we try very hard to dispense of the liberal hegemon and the US power even when it comes to nuclear deterrence for example so we have to grow and we have to become more muscular when it comes to our hard power but we have to give it some time if you want to be realistic so we can't move around Washington we have to try to convince them to keep them on board in other fields like protectionism we have to work around Washington D.C. up to a certain extent and find our alliances and partnerships within the different US states US neighbours etc transatlanticism can be defined a bit broader and when it comes to the Paris agreement and climate change I mean come on let's not fool ourselves this guy in the White House cannot be convinced that climate change is not a hoax he is totally convinced that this is nonsense so then we have to indeed find other partners to work with and it goes back to what the core of the Western world is because that's the question of today we are going back to this and we have to say well these powers Great Britain and the US that basically cause us to rethink the role of continental Europe in the Western liberal order were the originators of the idea of an open society I mean apologies to the French but it was really Great Britain and the United States and we have to remember that the West is built on ideas and not geography alone and the idea of course a political system or order built on participation on checks and balances that gives us the option to correct mistakes because mankind intrinsically is of course prone to errors and this is something that you've been describing in Charles that Donald Trump seems to be undermining big time that's the core of the elements those two powers also were the powers who built a liberal order that were yet again built on a few paradoxes which were solved beautifully and that is shared security is more security is better security open trade is better for the wealth of our very nations and alliances and consensus are not slowing down really but they're more than a liability this is what we have to remember that this is at the core because then that is what allows us to be more flexible when it comes to finding partners and to cut these observations short now again apologies to the French you know that something is totally going wrong when the UK trap and getting themselves into the Donald Trump trap and the French are doing the right things namely voting a president into office who has been doing a collection campaign on a pro-European message so the point is if we want to save the West and I think of course it can be saved and not only because I do agree with Ralf and with you that we've seen a bit of an end of the winter of our discontent and we got into a spring year more summery time I also agreed that the roots of our discontent aren't over the roots that led to this kind of self doubt which is indeed the bigger danger to the West and the threats from outside because we can get to this later I don't see that Russia or China or political Islam are real big ideological contenders they do not offer a real good ideology that could be a contender and a competitor to open liberal democracy but they are fantastic destructors fantastic underminers and they aim straight at the core of it and that is our own insecurity so if we want to talk about is the West still can we save the West then remembering that this is a very strong idea that was at the core our liberal political order and the liberal world order is what unites us and that is the non-negotiable that is what can lead us to more flexibility in finding partners at times when it comes to climate change perhaps with authoritarian regimes like China but at other times with countries who are not part of the trans Atlantic alliance like Australia and if you listen to the speech of Prime Minister Turnbull at the Shangri-La conference in Singapore you would see that he is basically describing Europe's security situation as just in the Pacific with a big bully who is basically causing problems in the neighbourhood and who has perhaps to be contained but at the same time also dealt with so point is yeah we have to do it without a liberal hegemon we have to grow under these wings we have to build more self-confidence but also bigger strength and yes this is the point this is exactly the time we have to build yes we have to also put out the message that this is about hard power this is about the tough security this is not only anymore about European soft power this is also about building up the means that we need in the field of hard power and this is why I find it so regrettable when the SPD or some people go into an election campaign by saying well we're we're not offering this to Trump we're not offering this to Trump or the US even if it was another administration we're building this because we need it so there's still a very very strong idea namely of a liberal political order at home and the liberal world order which I think that we cannot put off the shelves that is still pervasive that is still going strong that can mostly be undermined by us but not so much about others and I think we also have to build the political means to support this thank but Zirke you first of all you did not mention NATO you talked a lot about security about hard security you talked about transatlanticism no word of NATO does it mean that we by building our own hard security we basically put NATO in the freezer no clearly no I can answer this question right away when I talk about European security I talk NATO because come on let's not be illusional we're not going to build nobody wants a European army because the European army actually would also contain the question are we ready to die for Europe are we really ready to build something that would have to have building and strengthening the European pillar within NATO but not about dispensing NATO of course not I mean this is the structure we already have so why would we put it into freezer no not at all thanks a lot we also need to find out what are the borders of when you say the borders of home you said at the end that we should keep the liberal order intact at home and I guess the borders this is the question what is the West what makes up the West do we still count the US as part of home or not and I guess your answer is home is Europe not quite we have to live with paradoxes these days and the Americans have this wonderful saying of we have to to gum and walk at the same time which seems to be a very difficult task to fulfill so of course the US is and Charles has been lining this out I think while Trump is a president sui generis who really genuinely doesn't understand and doesn't want the liberal order the way we understand it just I never thought that I would ever say this in this kind of same sentence just like Putin is not Russia Trump is not America okay and we see the system of checks and balances work so don't count out the Americans but at the same time don't make the mistake that we just have to wait it out you know that we just have to wait for finally I don't know how often I've been asked when is impeachment coming oh come on when will the angel sing for me we don't know the point is it might come it might not completely different president who is in no continuity with other presidents but still we cannot count the Americans out now if we build up our own hard power within NATO that means we are not counting the Americans out we have to convince them to do certain things if we say we build a stronger Europe also in the hard power department I think this is good for trans Atlantic relations as well this fields so no I'm not counting them out but I'm also not saying let's not sit on our hands and wait until something changes in Washington because that can last and besides I think there has been a road taken which has made things different anyway and we have to grow up I mean come on this is finally the time where daddy tells us move out and get a job that's what we gotta do Marek die Organisatoren haben mich gebeten dass wir das weiter auf Deutsch machen deswegen müssen wir das versuchen wir haben jetzt die Deutsche die auf Englisch gesprochen hat deswegen wir die zwei Ausländer werden das auf Deutsch machen wenn wir über Grenzen die Grenzen der liberalen Ordnung sprechen viele denken dass in Europa auch Grenzen verlaufen was die liberale Ordnung angeht aber auch was die transatlantische Beziehung angeht wie würdest du das sehen auch im Sinne von was Charles gesagt hat Vielen Dank für die Frage das ist mir auch eingefallen als ich den Artikel aus der Süddeutsche Zeitung gelesen habe der Satz dass wir vielleicht vor der Alternative oder vor der Perspektive eigentlich ist keine Alternative sondern Perspektive gerade dass wir eben vor dieser Perspektive stehen einen Westen ohne USA zu haben ich weiß es nicht ob das richtig in dem Artikel übersetzt worden ist was der Autor gemeint hat aber das ist mir eingefallen denn wenn man so etwas in Zentraleuropa hört dann bekommt man schon große Bedenken über solche Perspektive denn selbstverständlich ist es eine Illusion der Westen ohne USA zu haben der Westen der sich eigentlich nur auf Kontinentaleuropa einschränkt denn wenn man so eine Perspektive nimmt dann kommt es der weitere Schritt also vielleicht können wir uns auch sehr verständlich die kontinentalen europäischen Westen vielleicht ohne Zentrale oder Osteuropa auch vorstellen also diese Linien gehen weiter und ich glaube diese Perspektive ist eine sehr gefährliche Illusion weil sie gerade das sozusagen ermöglicht was perfekt zu den Plänen von Putin passt also das ist gerade was was Putin am liebsten hätte im Sinne der geopolitischen Interessen Russlands eine Situation wo wir diese Grenze zwischen Kontinentaleuropa und USA haben aber auch eine sich vergrößerte Linie zwischen Kontinentaleuropa und Zentraleuropa Osteuropa auch also für Russland ist es bestimmt die 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 beste die beste Perspektive daher muss ich sagen also die Wahlen in 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 USA wurden auch in Polen mit sehr großer Besorgnis angesehen auch vorher noch Brexit also für überdrückende Mehrheit im politischen Spektrum aber auch in der Öffentlichkeit Brexit ist eine europäische Katastrophe jedenfalls aus der Sicht Polens und Zentraleuropäer aber auch Trump war von Anfang an ein großes Fragezeichen oder sogar eine Gefahr es gab einen Spruchsatz in Polen sehr populär vor den Wahlen man fragte was ist der Unterschied zwischen Trump und Clinton eigentlich aus der Sicht Zentraleuropäer nicht so groß war die Antwort Trump weiß überhaupt nicht wo Polen liegt Hillary weiß es aber das spielt keine Rolle für sie also das das zeigt ja auch dass die geopolitischen Probleme die man in Zentraleuropa hat wenn es um eine mögliche Spaltung des Westens geht und daher finde ich ist es wichtig aus der polnischen Sicht und auch aus der Sicht Zentraleuropas dass dieser Westen zusammen zusammen hält und was hält den Westen zusammen NATO selbstverständlich und die Europäische Union auch das waren immer diese zwei Pfeiler dieser westlichen Einigung die wirklich jetzt auseinander driften und das sieht man zum Beispiel in Bezug auf NATO also unsere Art und die Art und Weise wie wir in NATO die Gefahren einschätzen und sehen und wie wir sich uns für diese Gefahren vorbereiten sind sehr unterschiedlich innerhalb von NATO also wir haben ja die Vereinigten Staaten die wie wir schon früher gehört haben unabhängig von Trump oder Obama also verständlich die Form ist ja auch sehr wichtig das gebe ich zu wie man diese Argumente gegenüber den Europäern macht aber eigentlich aus der Sicht der Amerikaner ist ja immer dieses Problem gewesen also dass diese Sicherheitsgarantien innerhalb der NATO einseitig waren also eine Einbahnstraße war immer also die Amerikaner haben die Sicherheit Europäer garantiert die Europäer haben immer unter diesem Schutzschirm gelebt mit der Hoffnung ja das Schlimmste wird von den Amerikanern in Ordnung gebracht und daher haben wir jetzt diese Diskussion über den Ausgleich der Lasten und Finanzierung des Engagements im NATO und die ganze Debatte über zwei Prozent der Kosten die alle tragen sollten übrigens bei den Zentraleuropäern und Osteuropäern geht es viel besser was zwei Prozent angeht als bei den anderen Bündnis Bündnis Partner aber das ist ja nicht nur das Problem dass jetzt Amerika und manche europäische Staaten innerhalb der NATO auseinander driften das ist ein anderes Problem mit der Türkei also die Entwicklung in der Türkei zeigt wie NATO eigentlich nicht mehr kohärent ist und das stellt die Frage inwieweit wir NATO wirklich im Stande sind für die Zukunft als einen kohärenten Verteidigungsbündnis weiter zu haben also ich glaube der wichtigste Punkt ist inwieweit sich der Westen spalten lässt und ich gebe auch Ihnen zu dass es hier bestimmt nicht nur um die politischen Probleme geht es geht hier nicht nur um NATO es geht auch um Werte das gebe ich zu dass das also sie haben ja in ihrem Vortrag Fukuyama erwähnt ich würde auch gerne hier an Huntington erinnern der sich das bekanntlich vorgestellt hat dass der 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der zivilisatorischen Konflikten wird ich weiß dass das nicht immer von den Liberalen gerne genommen worden ist der diese große Weltsynthese gerne hätten aber was was mich jetzt an dem Beispiel von Huntington interessiert ist eher diese Tatsache dass was sich herausgestellt hat dass wir nicht nur einen Konflikt zwischen dem Westen und anderen Teilen der Welt haben aber auch diesen innerlichen Konflikt haben was Huntington in 90er Jahren noch nicht gesehen hat weil der Westen so konsistent war also in den Zeiten von Clinton hatte man diese Vorstellung dass der Westen konsistent ist und dass der Weg nach vorne so einfach wird es hat sich herausgestellt dass der Westen doch geteilt ist und dass wir mit einem kulturellen oder vielleicht sogar einen ideologischen Konflikt in dem Westen zu tun haben wir versuchen diesen Konflikt meiner Meinung nach nicht zurecht mit einem Begriff Populismus zu beschreiben ich würde eher sagen das ist ein ideologischer Konflikt zwischen dem multilateralen multikulturellen Universalismus und einer konservativen Einstellung zu der Kontinuität der Kulturidentitäten und soweit wir keine gute Lösung für diesen Konflikt finden innerhalb unseren westlichen Gesellschaften da wird diese Gefahr des gespalteten Westens wirklich auch eine Perspektive eine gefährliche Perspektive sein und zwar gar nicht nur aus den geopolitischen Gründen sondern diesen innerlichen Gründen die noch zu überdenken sind und zu überwältigen sind meine ich vielen Dank das führt uns das führt uns vielleicht zu dem Anfang als Herr Fuchs gesagt hat dass es geht eigentlich nicht um den Konflikt zwischen der Linken und der Rechten sondern zwischen dem Liberalismus und dem Antiliberalismus ich weiß nicht ob diese Diskussion auch wir jetzt weiterführen sollten aber vielleicht zu der Spaltung des Westens können wir nochmal zurückgehen Silke wollte sich melden ich weiß nicht ob Charles noch intervenieren wollte zu der Spaltung des Westens zu der Ja just two quick comments the first is to Silke you know I think that you may have misunderstood where I ended up I wasn't saying that Trump will be fine as long as you're transactional he won't be fine what I meant to say is that by being transactional with him you can still get important business done and it would be a mistake if Europe were to sort of turn its back on the United States and walk away and say we can't work with this guy and in that respect you use the phrase we should work around him I would not well I think what you should do is you should have a broad portfolio you should work with him and you should be working with the states and municipalities and think tanks but if you work around him and try to get business done without engaging Washington you will be giving him what he wants you will play in to the worst instincts so I think that Europe needs as you said to grow up move out and go to college but don't spurn the parents don't turn your back because you will end up worse off and then a quick comment to Mark you know I do two things one I agree with you when you said that the central Europeans don't want a West without the United States I don't think any of us want a West without the United States and that's partly why my comment to Silke was don't play into the worst instincts and make that happen keep your hand out there work with Trump whenever you can do so and I don't think that what we're witnessing is a Huntingtonian type clash of civilizations what I think we're looking at is a socioeconomic fragmentation and that for the last 60 70 years during the post Cold War era our societies and their complex segmentation they all moved up together so that the 1% and the 5% and the rest their boats were floating up even though there were inequalities and what has happened beginning in the 1990s is a large segment of the American population began to fall off the wagon and they began to see their incomes and their future decline their prospects for the future decline and so they've sort of said hey hold on we want out we're against the establishment we're against the 1% and that has created a politically polarized society so I don't see it so much as a clash of civilizations although there is a cultural overlay I think its roots are socio-economic more than they are cultural this goes straight into the topic of division first of all let me make clear there are two or three different fields that I've named and this is just a rough division where there is working around the president or working with the president when it comes to security the field where we have the biggest need to grow up we of course have to work with Washington D.C. and that's the White House because we need it this is why I said we have to grow up under the wings that are still there of the Americans and we have a lot of convincing to do what we call convincing transactional or not fine there are other fields when it comes to trade where there are more partners that we have to look out for and third fields as I said like climate change this is just really three very rough fields that I'm describing here where we can do things with other countries because the goal of cutting down on CO2 emissions is just too big when it comes to the divisions and this is really important I do not think that this is just a social economic affair here this one might be one part but clearly when you look at the election campaigns in the United States and also with the Brexit referendum or in parts of the election campaigns in France the answer of so many who fell off the wagon is not we need to have a different politics by the establishment or the professionals or our the answer of part of this electorate is to hell with the system that we see because it can't deliver and that to me is the difference and the real division within the society is not between parties who have a greater emphasis on redistribution or fine with me when we are to address these economic grievances it really also is a division between are we supporting the liberal democratic order with all that belongs to it and this is division of power that is rooting your information our decisions on facts and evidences and not on alternative facts and fake news and conspiracy theories it is about the president does not stand above the law he's part of the legal system it is about an independent judiciary and this goes back to the divisions that we see right now it's not really that we kick out whoever we is anybody from the West it's about a commitment to the West by keeping to these core elements of what the West is what liberal modernity is what open society is and we see it in Poland and in Hungary the decisions were made by the respective governments to do exactly that undermining the liberal order now this puts everybody else who doesn't want to undermine it who thinks that this order is part of the great alliances and of the liberal world order that we are talking about or the liberal international order this puts us into the situation to ask where are the red lines what is it that we can still accept you know actually the respective countries themselves or government themselves it's not the countries it's the respective government themselves choose to go a different way it's not that we are pushing Turkey or Prime Minister or President Erdogan to arrest 50,000 people because they're suspected of being part of a Gulen conspiracy it's a decision by these respective countries which makes us or puts us in the awkward situation of drawing the lines and saying well where is the line where we still think that you belong to the West in the sense of commitment to this very idea and to this very architecture or not that's the division Marek two minutes just brief reaction I share and truly your point and I agree that we shouldn't confine the whole discussion about the West just only to this socio-economic problems this is of course very important part of the question especially after the post-crisis period but I wouldn't also say that the solution is in the way how democracies are functioning this is also only a part of the question the decisive element in my opinion is culture and I would even transform if you let me the fame slogan of Bill Clinton and I would say culture stupid this is what we have to understand now to tackle the problem of the crisis of the West but it means of course not only that we all are committed to the values of the West but we also take accountability and responsibility for this Western values this is not only about commitment this is also about accountability and about responsibility very good so we have usually you know in such discussions policymakers or journalists pull the rug to their corner but now we have the political philosopher who got us into the debate about divisions any takers any views or questions to our panelists very briefly I'm afraid we have the chance for only one round yes we need a microphone because of the interpretation if I can ask maybe or I can pass on my microphone thank you very much for a very interesting speech I'm Francois Heisbourg I'm not going to start saying where I come from because I would take rather too long you said Charles that we shouldn't give up on you that the US is going to come back and I wish that to be true the problem is that Mr. Trump by imposing his purely transactional bilateralist viewpoint on international relations is doing something which it will be very difficult to move back away from for a very basic reason and that is that the historical norm in the post medieval world has been that international relations are transactional and bilateral and we've had a fairly brief period of exceptionalism between the end of the 1940s and the election of Mr. Trump where we had I speak under the control of those who have something to do with NATO NATO has been a unique alliance we've always said unique alliance unique alliance yes historically NATO has been unique and the American alliance system has been unique because it saw itself as being value based unconditional and perennial all of these are now up for grabs Mr. Trump in Brussels and Taormina treated his friends exactly the same way he treats his enemies transactionally when Mr. Trump eventually leaves the stage in four years or eight years reverting to the post 1940 exceptionalism is going to be very very difficult because that system was built up as a result of the end of the Cold War and as the result of the beginning of the Cold War and those are circumstances which presumably will not prevail and it is much more likely that we will end up with the pre 1940 1945 norm is that a fear that you share or am I being too afraid any more catastrophic questions here you can maybe take some more mic thank you zur Frage wenn Sie sich bitte vorstellen Michael Schreyer früheres Mitglied der Europäischen Kommission und im Aufsichtsrat lange Zeit im Aufsichtsrat der Böll Stiftung zur Frage Teilung des Westens Sie hatten da auch das UK genannt aber ich würde dem total widersprechen auch wenn wir Brexit haben verabschiedet sich Großbritannien das Vereinigte Königreich nicht aus dem Westen auch nicht aus der Sicherheitsallianz das müssen wir uns doch immer vergegenwärtigen hier bleibt das UK ein Partner und gerade auch im Sinne von der Teilung der westlichen der liberalen Werte es gab kein Votum im UK gegen die liberalen Werte und was die Sicherheitsarchitektur angeht glaube ich ist es auch eine der wesentlichen Aufgaben bei den Verhandlungen mit dem UK bei allem was die Europäische Union dann verabredet an stärkerer eigenständiger Defense Policy zu machen dass man da eine flexible Lösung findet dass in jedem Fall das UK dabei bleibt ich finde das einen ganz wichtigen Punkt man kann das UK in dem Punkt nicht vergleichen jetzt mit dem Verhalten von Trump Wir können noch eine Frage glaube ich nehmen wenn Sie ein Mikrofon können wir das Mikrofon vielleicht da hinten hier in der Mitte und ich glaube das war es wir haben wir haben wir sind 20 Minuten spät bitte nochmal kurz eine Frage an den polnischen können Sie sich bitte vorstellen Hans-Joachim Schmidt früher auswärtiges Bundesamt an den polnischen Polonisten liberale Ordnung und der Hinweis von Ihnen wie wichtig die NATO sei Sie sollten aber vor allem auch die Bedeutung der EU hervorheben denn die EU als Soft Security spielt eine ganz entscheidende Rolle und wenn Sie darauf hinweisen wie erfolgreich Polen und andere Staaten im östlichen Bereich sind was die 2% Marke anbelangt so ist es bei weitem wichtiger aus meiner Sicht dazu beizutragen dass die europäischen Strukturen weiterhin gestärkt bleiben und Polen sollte eine weiterhin wichtige Rolle dort spielen sehr gut ok ganz kurz aber Ina Kreische keine Frage an das Panel sondern an den Veranstalter mir ist eigentlich unverständlich warum Sie dieses Thema gewählt haben sprich als Gegner den populärsten Gegner und nicht beispielsweise mal China in Augenschein genommen also China mit dem Projekt Seidenstraße wird unsere gesamte Welt demnächst also wirtschaftlich also ich denke in einem viel größeren Umfang als Amerika bestimmen und anstatt also unsere Kräfte hier gegen Herrn Trump oder wen auch immer zu sammeln denke ich sollte es möglich sein wir haben so viel Geld hier in der westlichen Welt China setzt sein Geld sinnvoll ein wir hätten auch die Möglichkeit anstatt nach dubiösen Anlagemöglichkeiten zu sehen also unser Geld hier besser und den politischen Ort in Augenschein zu nehmen danke Ok Wir haben vielleicht einen Vorschlag für die nächste Vorlesung für die nächste Diskussion Ich schlage vor wir fangen an in der umgekehrten Ordnung und mit Marek und das sind die Schlussworte jetzt auch Ok das letzte Wort ich verstehe also diese Soft Security und die Europäische Union und Polen also sehr verständlich diese sanfte Form der Sicherheits Bildung in der Europäischen Union das hat ja eine sehr wichtige Rolle besonders für die Nachbarschaftspolitik gespielt und das war ein Instrument das Polen ja auch versucht hat zu nutzen zum Beispiel für die östliche Partnerschaft das Problem ist nur dass jetzt diese östliche Dimension der Nachbarschaft von der Europäischen Union viel mehr mit der Hard Security zu tun hat als mit Soft Security und dass wir wieder ein geopolitisches Problem was die Zukunft der östlichen Dimension der europäischen Nachbarschaft dass wir mehr jetzt hier die Geopolitik haben als die Perspektive und es gibt sehr verständlich das ist offensichtlich es gibt eine bestimmte Ambivalenz aus der Sicht von Polen und auch manchmal baltischen Staaten in Bezug auf die Sicherheitspolitik der Europäischen Union besonders jetzt haben wir die neue Debatte also wir sollten die Verteidigung in Europa vertiefen angesichts Trump und so weiter also es gibt das ist eine Ambivalenz denn angesichts dieser neuen geopolitischen Herausforderungen in Osteuropa diese Projekte nicht alle von diesen Projekten können sozusagen interessant sein weil sie konzentrieren sich mehr an die Zusammenarbeit in der Industrie in der Kooperation in der Technologie und in Bezug mehr auf die Probleme und Konflikte die wir in südlichen Nachbarschaft der Europäischen Union haben als in der östlichen und deswegen finde ich es gibt eine gewisse Ambivalenz also ich gebe zu Polen sollte Teil dieser Projekte sein also Polen sollte daran interessiert sein ein Teil dieser Vertiefung zu sein aber das ist von unserer Sicht aus bestimmt nicht die entscheidende Antwort für die geopolitische Probleme die wir in östlichen Dimension der europäischen Nachbarschaft haben Aber es war die EU eigentlich die die Sanktionen gegen Russland zustande gebracht hat es war die EU eigentlich die wirklich viel entscheidender reagiert hat als die Krise mit Russland ausgebrochen ist von daher ich glaube die Frage der Sicherheit ist eine Frage der EU die EU hat auf dem Balkan praktisch die Sache geregelt die Iran Frage und so weiter von daher ist glaube ich auch das untrennbar Silke willst du die Großbritannien Ich nehme gerne die Briten vor nur eine Anmerkung die europäische Sicherheit ist nicht nur eine Frage der EU die Frage der nuklearen Abschreckung ist wieder zurück und die regeln wir nicht über Europa die regeln wir über die NATO es ist nicht nur eine Frage der EU das nur mal als zusätzlicher Punkt wir werden auch nicht davon ausgehen dass die britische und die französische Atombomben in irgendeiner Weise diese nukleare Abschreckungsmöglichkeit geben die Briten ich finde sie haben vollkommen recht wenn es irgendetwas gibt was das Ziel ist und da sehe ich auch die Briten sind da überhaupt nicht weg vom Fenster ist das Thema Sicherheit und dann sind wir in der Tat wieder bei der NATO und bei der europäischen Säule und was sie innerhalb der NATO machen und so das ist aber verbunden natürlich und ich weiß nicht wie weit man auseinanderhalten kann nicht haben also die Frage zum Beispiel des Teilens von Geheimdienst Informationen geht tief in den europäischen Rechtsrahmen mit rein ich habe keine Ahnung wie man sowas auseinandersortieren muss aber man wird das auseinandersortieren müssen und ich glaube Verhandlungen sollte man in dem Geist führen dass man weiß in etwa was am Ende rauskommt das ist jetzt Beobachtung Nummer zwei und eine die mich zutiefst beunruhigt ich bin ja vollkommen anglophil und deswegen auch transatlantisch muss ich leider mal sagen aber ich bin auch deshalb anglophil weil ich die Briten und die Amerikaner für die größten Realisten gehalten habe und weil ich das für eine ziemlich gute Haltung in der Politik finde das La La Land in dem sich die Briten im Puncto Brexit gerade befinden ist echt fantastisch also die Frage dass man irgendwie keine ordentliche Antwort kriegt was heißt denn genau Brexit ist Brexit was heißt denn genau Hard Brexit oder Soft Brexit aus der man nicht rauskommt und aus der man auch nicht den Mut hat rauszukommen die kann einen wirklich besorgen und diese Frage ich hatte neulich kurz nach der Wahl auch wieder etwas wo man sagt ja was will er denn nun der britische souverän ich kapiere es so richtig man muss es aussortieren ganz offensichtlich sind wir in einer Situation wo mir Briten dann irgendwie sagen geben sie uns mal ein bisschen Zeit wir müssen das erstmal aussortieren da kann man nur darauf antworten Zeit haben wir wirklich gerade nicht es gibt kein Status quo es entwickeln sich die Dinge und sie werden eine Rückwirkung haben auf den Brexit trotzdem es ist in unserem Interesse Briten an Bord behalten bei der Sicherheit und zugucken dass der Rest hoffentlich einigermaßen zivil abläuft Dankeschön Charles if you want to address Françoise remark and do this in a minute one minute 30 seconds each three subjects the cultural issue I still think at heart it's a socio economic phenomenon because the cultural differences have always been there right we in Washington drink Pinot Noir and in Ohio they're drinking Budweiser that's been true for decades what has brought those cultural differences to the four why have they become politically salient because there's a there is a class that feels that it's the losing on the losing end and you look at Le Pen's voter base it's clear that it has an overlay with the trajectory of the French economy secondly I take your point about the UK but there are similarities between the leave camp and the Trump supporters when it comes to immigration and I do think that the UK is stepping away from the norms of multilateralism collectivism basically what Francois described as the post Cold War apparatus if you will and that brings me to the final issue I worry deeply about the issue that you raise because and this Silke mentioned the op-ed the op-ed was basically a statement that said let's go back in history let's take this apparatus that enabled us to escape from the world of Hobbes to the world of Kant and let's tear it up now the question in my mind is how much damage will be done in four years because I'm reasonably confident he will not be reelected he's already lost the independents and he's lost the moderates he might be reelected I hope and pray he's not but even if he's not a lot of damage can be done in four years and that's partly why my message to you is please hold down the fort and try to limit the damage that Trump does thank you very much vielen herzlichen Dank Wir sind 20 Minuten zu spät ich bin gänzlich dafür schuldig aber wir sind eigentlich glaube ich in dieser letzten Runde auch zu der Hauptfrage zurück gekommen was macht den Westen aus und ist das wirklich die Ideen der liberalen Ordnung wie ist die liberale Ordnung zu retten was sind die Grenzen und ich bin sehr gespannt auf das zweite Panel das wir darauf angehen und jetzt würde ich Sie bitten dass Sie mir helfen dass wir unseren Panelisten auch herzlich danken